Halli, Hallöchen meine Freunde und willkommen zum 37. Paar von Let's Play Ni No Kuni und im Titel steht schon Ende. Ja, das Spiel ist natürlich noch lange nicht zu Ende, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr das Spiel aufzunehmen, wenn ich 740 Abonnenten habe und 7 bis 15 Klicks pro Video. So, das will ich einfach nicht. Ähm, es ist jetzt wahrscheinlich, ist es schon gekommen, Starcraft 2 Heart of the Swarm und Sniper Ghost Warrior 2. Ich weiß nicht, ob es schon hochgeladen ist, keine Ahnung. Ähm, wenn ja, dann habt ihr ja Ersatz von was Neuem und ja, es schaut ja eh niemand bei mir, dann kann ich es genauso gut für mich alleine zocken. So, aber den letzten Paar machen wir noch sehr seriös. Zu Ende. Endlich. Auf dem Gipfel der Kormöhe. Wow, das sieht aus wie das Ende der Welt. Verdammt, schaut euch den Fels an, Mann. Genau wie ich es gesagt habe, er hat sich gelockert. Wie zum Henker ist das passiert? Wartet, zeh nur, was ist das? Yes! Yes! Oh, mein Gott. Magma, Gebieter der glühenden Lava. Oh, yeah. Oh, yeah. Yay. Hallo. Hallo. Hallo, Magma. Keimchen wäre bestimmt nicht verkehrt gegen dich. Autsch. Oh, 69. Autsch. Oh, nee. Lieber verteidigen. Oh, lol. Hier, nimm mal eine Eiseskälte. Verdammt, Esther ist schon tot. Gut gemacht, Esther. Feuerodem. Okay, okay, okay. Machen wir mal so. Kann ich Traum schauben? Sehr schön, Keimchen. Sogar von hinten. Bam, 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 bam. 16. Feuerodem. Da, 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 da. Kann ich die denn wiederbeleben? Hey. Kann ich sie wiederbeleben? Oh. Okay, Raffi, mach du mal. Tröpfchen. Könnte ich vielleicht so ein paar MP-Dingens haben? Waschen los. Sogar so große Viecher weht, dass sie haben Schwachstellen, Olli. Versuch, auf die Rückseite zu kommen und greif den Schwanz an. Den Schwanz. Okay. Hui. Oh, direkt ins Feuer rein. Der war gut. Gut. Okay. Nein, nicht drehen. Nicht drehen. Traumschaum, Keimchen. Mach ihn fertig. Yay. Gleich nochmal. Okay, Raffi, Kraft sammeln. Oh, oh. War noch knapp. Oi, oi, oi. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ah, Raffi. Ah, das war nicht so klug. Wow. Ha. Äh. Wir nehmen mal Akuyaku. Ähm. Okay, Wasserbombe. Yay, 41 Damage. Okay, Kraft sammeln. Nochmal. Und jetzt greifen wir ihn mit Raffi von hinten an. Nicht drehen. Okay, los. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4. Oi. Eine gute Gelegenheit. Kraft sammeln. Los geht's. What are you doing, Raffi? Okay, du willst schon von vorne. 7, 6. 6. Oh, 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 oh. LP. Dankeschön. Danke. Wow. Okay, Oliver. Da hinten, da hinten. Nicht weggehen, nicht weggehen, nicht weggehen, nicht weggehen, nicht weggehen, nicht weggehen. Ah. Wow. Bam, Junge. Tröpfchen. Wenn ein paar solche Kugeln wären, bestimmt nützlich. Nützlich trifft's gut. Nee, böse. Böse. Das geht, das wird noch einige Zeit dauern, dieser Kampf. Den ganzen Part wird das füllen. Okay, hier. Oh, Keimchen. Bam, 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 bam. 52, Bitch. Hier kannst du noch eine Wasserbombe haben, von hinten. Bam, 46. So. Hab ich denn... Weißbrot. Ein Weißbrot-Sandwich. Ja, ich bin gewappnet. Okay. Oh, da hinten hätten wir noch LP gehabt. Oh. Nee, nee, nee. Komm. No, 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 no. Böse, böse, böse. Angriff. Nicht in die... Ja. Der war gut. Der macht gut Damage, der Kleine. Komm, nochmal. Ah, sehr schön. Nice. Okay, Raffi. Es sollte eigentlich so eine Kugel gekommen sein, weil wir ihn... Weil wir nice gemacht haben. Aber da ist wohl nix. Jetzt kann ich eigentlich nur abwarten, bis Tröpfchen mir mal helfen will. Hier. Oh, 14. Okay, er hat uns geholfen. Yes. Proviant, nimm schon mal ein Weißbrot. Sollte reichen für ihn anfangen. Und dann warten wir das nächste Feuerodem ab. Flammenschweif. Ja, jetzt hat er sich wieder zu mir gedreht. Ah. Okay, nee. Doch nicht. Okay. Solange du nicht getroffen wirst, Keimchen, ist alles gut. Alles ist gut. Solange du wild bist. Bebender Zorn. What is this? Autsch. Autsch. Nein. Lol. Lol. Ja, ist klar. Ist klar. Im Bau und so. Im Bau und so. Nee. Gar nicht im Bau, oder? Ach du heiliger Scheiße. Das war jetzt doch wohl... Die größte Verarsche aller Zeiten. Oh lol. Machen wir noch einen Versuch. Und wenn der nicht klappt, dann war es das mit Ni No Kuni. Ja. Ich will jetzt hier nicht noch eine Stunde fehlen, wie beim Crysis 3 Finale. Das wäre nicht so prickelnd. Ja. Ja, ja. Blabidi, blabidi, blabidi. Überspringen. Da kennen wir schon. Okay. Okay. Wir fangen mit dir an. Danke. Ah. Toll. Da hinten haben wir schon... Ah. Weißt du? Esther. Der war ne. Holst du Esther. Es geht genau weg, wenn ich komm. Oh. Sechs. Tri, tra, tra, lala. Machen wir mal auf Oli. Yeah. Okay. Und jetzt macht der lindernde Hand auch noch gleich auf sich. Gut gemacht, Oli. Okay. Boah, bist du schnell. Bist du schnell über ein Ike. Oh, 41. Okay. Blabidi, 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 blabidi. Hehehe. Okay. Okay, nochmal ne Entladung. Boah, Mann. Oh, oh. Oh. Okay. Tri, tra, tra, lala. Auf Oli. Tri, tra, tra, lala. Der Kaspar ist wieder da. Und jetzt macht das auch wieder auf sich. Also immer perfektes Timing eigentlich. Ui, ui, ui. Tröpf hin. Der stirbt nicht. Und Oli geht sogar in den Kampf. Alles klar. Okay, nein, ich gehe direkt ins Feuer rein. Ich sehe es schon. Oh, nee. Gut gemacht über ein Ike. Du bist zwar fett, aber du kannst es. Greif einfach mal Trompi an. Äh, mit Trompi. Eins, eins. Okay, schwerer Schlag. Zweiunddreißig. Naja. Oh, 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 oh. Tri, tra, tra, lala. Yeah. Oli. Vielleicht sammel, sammel ich mal was ein. Oh, ja, jetzt trifft es ihn wieder. All Oli. Gib dir mal ein bisschen Mühe hier. Okay, ich muss zu Oli gehen. Leck mich. Oh, oh, er geht auf mich. Ey. Wow, 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 wow. Okay, jetzt trifft es Esther. Nein. Keimchen. Und Bäm. 46. Da ist ein Grünes, da ist ein Grünes, da ist ein Grünes. Und es wird jetzt Esther treffen. Alter. 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 Kann ich gleich nochmal eine lindernde Hand machen auf sie. Komm. Sechs. Ja, immerhin. Ich bin gerade noch in der Verteidigung gekommen. Ja, dieses Mal nicht, mein Freund. 57 bei Esther. Okay. Nicht treffen lassen. Du bist doch eine blöde Kuh. Du bist doch einfach eine blöde Kuh. Einfach nur blöde. Weißt du das? Ja, das weißt du bestimmt. Boah. Jetzt muss ich die Hälfte alleine machen. Die Hälfte, Leute. Die verdammte Hälfte muss ich jetzt alleine machen. Okay, mein Freund. Komm. Das ist gut. Mach du ein Feuer, Odem. Dann kann ich dir ein bisschen Schaden machen. Weg da. Ich hätte einfach in den Verteidigungsmodus gehen können. Oh, 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 oh. Heute nicht. Heute nicht. Toll. Und ein Flammenschweif hinterher. Dahinten haben wir MP. Meins, 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 meins. Oh, oh. Das war blöd. Das war sehr blöd. Lindernde Hand. Das war verdammt nochmal blöd, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Naja. Schon wieder Bebender Zorn. Oh. Ich habe es nicht gefunden gehabt. Alter, wie viel mal willst du noch Bebender Zorn machen? Toll. Toll. So, war schon eine Kugel für mich. Eine goldene, bitte. Eine goldene, bitte. Das wäre Knorke. Sag gar keine. Ne, sicher nicht in den Angriff gehen, Olli. Spinnst du? Jetzt heilst du dich mal. Haben wir 117. Haben wir 117. Alles klar. Dann kann ja jetzt mal Akku-Yaku wieder gehen. Okay, du kannst verteidigen, Akku. Bebender Zorn. Bam, Junge. Toll. Toll. Da haben wir MP und LP. Mit Olli sind wir näher dran. Die MP, ne, LP sind schon wieder weg. Nix da, Feuerodem. Ja, 5. Hier hinten war vorhin eigentlich noch ein grünes. Aber dieses Mal nicht anscheinend. Oh, oh. Okay, Akku-Yaku. Einfach mal reingehen. Für den Fall, dass wieder bebender Zorn kommt. Genau. Weil Ruffy kann ja nicht verteidigen. Und wenn Ruffy getroffen wird. Dann wäre es Zeit für ein Sandwich. Und das will ich nicht. Oi, oi, oi. Freundchen. Moment mal. Nimm mal Olli einfach. Und jetzt Akku-Yaku. Oh. Nein. Okay, nehmen, nehmen, nehmen. Sehr schön. Autsch. Yes. Feuerodem. Oi, 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 oi. Leck mich am Arsch, blödes Ding. Boah. Jetzt habe ich erst gerade zu MP wieder eingesammelt. Und dann ist schon wieder Ende Gelände. Toll. Trotzdem macht es 11 Damage. Der trifft mich nicht, ne. Lindernde Hand. Und gleich nochmal. Okay, Akku-Yaku. Angriff. Go, 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 go. So ist gut. So ist gut. Solange er Feuerodem macht, ist gut. Und Flammenschweif weg. Bam, Junge. Bibenderzorn. Ich finde die Boss-Musik immer so schön. Die passt irgendwie. Also, da kannst du wieder abbrechen. Und jetzt muss ich wieder hinter ihn gehen. Yay. Wow, Junge, 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 Junge. Koyaku. Okay, er hat gar nicht getroffen. Noch einer. Nein. Jetzt trifft es mich. Ne. Feuerodem. Perfekt. Akku-Yaku, angreifen bitte. Oh. Er wollte bebender Zorn machen. Aber er hat es nicht geschafft. Jetzt ist es eine gute Gelegenheit. Bam, Junge. Ich zeige dir hier gleich, wo der Hammer hängt. Sehr schön, Akku-Yaku. Das war sehr nice, Akku-Yaku. Da hinten haben wir gleich noch zweimal LP. MP wäre mir natürlich lieber verteidigen. Haha. Ich gebe sie so richtig fest, du kleiner Penner. Ja, du bist ein Penner. MP, 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 MP. MP, 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 MP. Und ich muss niesen. Nein. Oh, ich habe... Oh, ich muss niesen. Okay, Akku-Yaku, jetzt bist du wieder dran. Nicht drehen. Junge, nicht drehen. Feuerodem. Das kannst du machen, Feuerodem. Das macht mir nichts. Okay, Flammenschweife ist dann schon blöder. Nicht ins Feuer. Gut gemacht, Akku-Yaku. Aber jetzt hier. Mach ihm weh. Mach ihm weh, solange er Feuerodem macht. Bitte. Mach. Greif an. Und weg. Haha. No chance. No chance. Dum-dum-dum-dum. So, wenn er ein Feuerodem macht, dann mache ich mal eine Wasserbombe. Auch gleich von hinten. Jetzt nicht mehr. 45 Damage. Ah, Esther. Esther, Esther, Esther. Aber er hat nicht mehr so viele Leben. Nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel. Oh, yes. Nicht mehr so viel. Toll. So, dann gib mir was zurück. Ah, lalalalalala. Tralalalalala. Tralalalalala. Feuerodem. Und jetzt. Okay, angreifen. Wehe, jetzt kommt ein Flammenschweif. Feuerodem. Sehr schön. Weiter so, Wakuyaku. Weiter so. Oh, oh. Einfach zur Sicherheit verteidigen. Genau darum. Bimdazorn. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Ich konnte mich nicht mehr verteidigen. Das ist gar nicht gut. 39. Okay, okay. Es ist nicht so viel, wie erwartet. Es ist nicht so viel, wie erwartet. Es reicht noch für die lindernde Hand. Bäm. Sehr schön. Alter Finne, ey. Alter Finne. Mach das nie wieder, du Wichser. Hab ich denn... Ja, das Sandwich hätte ich noch. Oh, da hinten wäre ein MP gewesen. Machen wir ein Feuerodem. Das ist gut. Kann ich dich nämlich angreifen, Magma? Jawohl. Das ist die Chance. Greif an, Akoyaku. Los, mach ihn fertig. Bitte. Bitte, Akoyaku. Bitte. Komm, 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 komm. Oh. Boah, Alter. Oh, oh. Hui. Okay, Oli, du darfst wieder. Wow, beben der Zorn. Oh, lol. Nee, nee, nee. Dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Weißt du, warum? Oh, da hinten ein MP. MP, 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 MP. Okay. Fünf. Okay. Kämchen, mach mal eine Wasserbombe. Dann ist er tot. Yeah. Ja, 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 ja. Good night. Bam. Ey. 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 18. Akuyaku 15. Ruffy 11. Keimchen. Sogar 2 Level Keimchen. Schufe 13 jetzt. Esther Level 17. Über Enika auch 2. Jetzt auf 14. Trompi 1. Und Tiki auch 1. Und bereit zur Evolution. Ich muss seine Seite über den Magma erhalten. Noch mehr? No? Okay. Er hat aufgehört zu rauchen. Ich denke, wir haben es repariert. Du hast uns geschafft, Oliver. Du hast Alkuweit gerettet. Ja. Aber was ist mit Jada? Eins sagt dem anderen, Junge. Du bist auch lange nicht bereit, dich ihm zu stellen. Hast du nicht die Macht gespürt, die ihn umgeben hat? Gruselig war das. Ich hatte solche Angst, dass er mir wieder ein Stück meines Herzens schillen würde. Aber er hat uns einfach in Ruhe gelassen, oder? Nun, das würde ich so nicht sagen. Er hat diesen feurigen Wächter gesteuert. Du kannst auch wetten, dass er für den ganzen Mist hier verantwortlich ist. Du glaubst wirklich, dass das alles Jada's Werk war? Klar war es. Wer sonst würde so eine miese Nummer abziehen? Wir hatten Glück, mit heiler Haut davon zu kommen. Das wusste ich nicht. Vielen Dank, dass du den Fokal wieder verschlossen hast, Oliver. Aber, 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 da musst du dich, du musst dich doch nicht bei mir bedanken, Esther. Natürlich muss ich das. Ohne dich hätte ich meine Heimat zerstört werden können. Du hast die Bewohner von Alkuwait vor einer Katastrophe bewahrt. Aber Esther, du, du warst aber auch nicht einfach nur eine Zuschauerin. Lass die Mollen dreimherzigen hier nicht den ganzen Ruhm allein. Ich habe schon ein bisschen geholfen. Ja, danke. Gut. Sollen wir zurück nach Alkuwait? Ich will meinen Vater von unserem Abenteuer erzählen. Klar, erzähl mir ihm, wie tapfer du warst. Ja, ja. Du willst dich doch nur nageln. What is this? Ja, äh. Das war's. Für dieses Let's Play. Nein, war's nicht. Ich kann nicht speichern. Oder doch, ich benze jetzt hier mal bei 25 Minuten. Es tut mir leid für die, die, für die 5, 6 Leute, die regelmäßig schauen. Aber, Leute, es lohnt sich echt nicht, wenn ich hier mit 750 Abonnenten hier Zeit, so viel Zeit investiere und maximal 15 Leute Nino Kuni schauen. Und es gibt ja jetzt noch StarCraft 2 und Sniper Ghost Warrior 2 und FIFA 13 immer noch. Dann seid ihr schon bedient. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und noch viel Spaß auf meinem Kanal. Tschüss. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020